In-Game Scrolls wurden auch Coins. Ja, genau. Ja, Wookie, ich wusste mal, muss mal nachgucken irgendwie. Guck in der Market History. Du kannst die History um angucken. Aber die Market History, wenn er jetzt... Die Umwandlung steht drin. Die Umwandlung steht drin. Das habe ich bei mir nämlich gestern gesehen, reinzuprobiert, wenn ich mal drauf geguckt habe. Okay. Na dann, have a look Mr. Wookie. Wookie. Apropos Wookie, freust du dich auf die Star Wars? Neue Star Wars-Filme. Ich freue mich sehr. Ich finde das sehr gut. Hauptsache, also die politischen Verflechtungen, so nenne ich es jetzt mal, die es dann bei den letzten Reihen gab, die waren schon ziemlich nice gemacht und ich mag das ja, wenn das alles irgendwie so ineinander fließt und dann sagen geklärt. Du hast wahrscheinlich noch nicht mal das erweiterte Universe, die ganzen Sachen gelesen, oder? Ne, 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 ne. Aber da verpasst du einiges. Guck dir auf jeden Fall mal die alten Bücher, die als Star Wars 7, 8, 9 gefeiert werden, an. Das ist super genial geschrieben. Ich bin jetzt sowieso daran zu lesen. Und sie sahen die Strawn-Trilogie. Ach. Hast du ein E-Book-Reader? Ne, aber wenn ich durch bin, quasi. Ja. Dann werde ich sicherlich da nachlegen, weil ich das gut finde. Wie sagte Barlow, grinden, grinden, grinden. Ja, es gibt in diesem Universe sauviele supergeile Geschichten. Ich habe irgendwie so 20 oder 30 von diesen Büchern alle. Deswegen, ich kann die nur empfehlen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass die Pizzalen komisch sind. Sag mal. Hast du... 18 für irgendwas gerade gekriegt? Für eine Hydra? 2730. Achso, das ist jetzt immer noch wegen dem einen Hoshi, der... Vermutlich, ja. Der hat die dann angeschlagen, ist nicht hier. So, dann kommt mal mit, meine Babys. Kommt mit zu Baba. Läuft. Pups. Was? Äh, gern. Also keine Panik. Ja, ja. Ich habe nie Panik, aber ich muss mal niesen. So, ein Tower-Shield. Vor allem, dass ich nach Süden durchgerannt habe. Muss man mal gucken. Wie ein Tower-Shield? Ach, hab's... Auch das Beste, immer diese einen Power-Bolzen oder so, das sind Serpent Spawns. Das ist so 2002 gefühlt, so von gut her. Wookie freut sich auch auf den Film, aber auch auf das Spiel. Stimmt, es kommt ja auch extrem viele Star Wars-Spiele. Battlefront, Massacre, wie immer. Die Frage ist halt, wie hoch das Niveau von denen wird, wie dann mal kommen. Richtig. Ich brauche noch 200.000, dann habe ich Level. Komm, die kriegen wir noch hin. 90 mit Mana, das habe ich noch. 98 Jahre. Sorry, aber der Baba bin ich. In der Tat, Swobby. Schön. Ach ja. Sagt dir der stolze, frisch geborene Papa. Ich hoffe ja für dich, dass du zuerst Mama sagst, der kleine Wurm. Oder... Der wird zuerst FIFA sagen. Wo soll man das sagen? FIFA oder Bayern München? FIFA, FIFA, FIFA. Schaff, FIFA. Schön. So, runter nochmal, ja, ne? Äh, 90, ja. Könntest du mit den ersten Raum mal, die ersten zwei, drei Räume machen. Ja. Du, 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 du. Mach dann einmal restocken, dann gehen wir wieder her. Ach ja, ich freue mich sehr. Wie unnötig der Tod war Das nervt mich so ein bisschen jetzt im Nachgang Doch schon Aber naja, egal Ich hatte ja ein Free Death gehabt durch den Stein So, kommt mit alle hoch Ich hab die andere Seite gesetzt Ist ok Passt Der größte Medusen ist auf mir Ich bin trotzdem angespannt Mutti Morgen gibt's Kotelett Freut mich sehr Ich muss morgen zu meinen Eltern Da kann ich gar nicht hier im Voucher zünden Genau, deswegen Obwohl, wenn ich mich gut anstelle Äh, du musst es doch nicht machen Das ist doch genug Wochenenden bis Weihnachten oder so Wenn's nicht um XP geht, dann geht's halt bloß um Hannah Bist du noch oben? Mal zu gucken, ob da was war TÜP 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 Fließband. Stimmt, wenn ihr ein Muster betrachtet. Genau. So, ich gehe mal rüber. Hast du eine Wii schon gezündet? Ja. Ach nee, ist eben gegenseitig. So, 58 Schmaners. Ja, 53.000, das kriegen wir auf dem Hausweg. Das kriegen wir auf dem Nachhauseweg. Ey, zieh das mal rein. Früher warst du ein Tag lang für 100.000. Jetzt kriegen wir die 53 auf dem Nachhauseweg. 100.000 ist Level 40 oder so, 42 oder so. Ja, leckt mich daran. Krasser Schüssel. Ja, gut. Es spricht auch nichts dagegen, dass du am Anfang halt ein bisschen mehr XP machst, weil der Anfang war ja immer fürchterlich langatmig. Oh ja, das stimmt. Und das Low Level rumrennen, deswegen gibt es ja auch das Level 50, diesen Bonus. Ja. Rennen wir jetzt hier eine 8 nochmal rum? Ja, ne? Ja, ja. Oder wir können dann einfach direkt raus und oben hast du ja nochmal... Ne, wir machen die 8 ja noch. Mit Leuten, wenn sie denken... Zumindest diesen einen Bogen würde ich jetzt vorstellen, sonst wird es mir ein bisschen knapp mit der Mana. Weil voll mit Mana bin ich auch... Ach, sieh sieh sieh, meine Softboots sind auch ausgelaufen. Entschuldigung. Ja, ist okay. Ähm... Gut, gerade noch so gekriegt. Ich habe ja keine SDs mehr. Ich hau mal auf die SD-Taste und da kommt nix. Mhm. Da rüber dann nicht mehr. Wenn wir oben noch clean. Wenn da niemand hantet, aber jetzt können wir eigentlich noch... Ich habe noch 30 Manas. Okay. Ich schiebe Panik. Ich habe 30. Ach, wie advanced. Schön, wir können raus. Ich habe wieder 4 Mana. Schön, Free Mana. Ach, da war noch ein Iron Ore. Na, hol mal das Iron Ore. Ich mach mal hier die Medusi platt. Siebzehne Suddens habe ich noch. Oh. Vielleicht mal Tars gucken. Kann man raus? Was ziehen wir jetzt noch? Ja, lass den Raum hier noch mitziehen nach rechts. Und rein mal kurz ein bisschen vorholt die Hüren schonmal. Um, um, um. Ich hab noch mal ein paar Nettd xp. Ich hab noch einen Top-Nettdäum. Okay. Das war noch ein paar Nettdäum. Ich hab noch mal ein paar Nettdäum. Hm. Schon wieder Weihnachtsmusik hier. Entschuldigung, ich hab die Playlist also generell. Von Epidemic Sound drin. Da sind auch Weihnachtige dabei. Schonmal vorstimmunieren. Alter, was ist denn hier los? Alles gelohrt. Ich ziehe die Serpens noch mit so ein Gas. Die Gas kriege ich ja eh immer. Mhm. Mhm. Ach, hätte aber echt irgendwer Quest am machen. Die einzige Erklärung, wieso... ...dat hier so aussieht. Oder wat? NTP. Ein Schnick-Skin. Klamanten? Na ja, hier vorne irgendwie ein bisschen. Nubi oder so. Okay, schlage ich die Hydra hier mal erfolgreich an? Haaa. Ach. Nicht gemein. XP-Dieb. Ne, Kill-Dieb. Für Killing-ins-Name-of-Task. Was ich gleich auch mal checken müsste. Da... Die stackten sich nicht, ne? War doch so. Nein. Genau. Das einzige was stacked sind Close Bandits. Eine Schweinerei, dass die Funktionalität jetzt noch nicht auf andere Killing-Tasks übernommen worden ist. Wahrscheinlich kriegen die das bei Killing-ins-Name-of nicht hin, ganz einfach weil es ja immer verändernde Tasks sind. Gehe ich mal von aus, dass die das deswegen nicht gebacken kriegen. Aber bei allen anderen Tasks, die eigentlich nicht Standard sind, sollten die das hinkriegen können. Da kotzt es mich halt an, dass das nicht der Fall ist. Tja. Was soll ich sagen? Ist halt Zipfer. Jep. Könnte ich mich jetzt wieder drüber auslassen bis zum Beet nicht mehr. Richtig. Tue ich aber nicht. Tue ich aber nicht. Ich glaube, mein Daddy hat gefragt wegen dem Kotelett-Morgen. Kartoffeln, Poree und Koteletten haben. Weißkohl, Poree... Äh... Gibt's auch Misch... Warte mal. Gibt's... Rotkohl oder so dabei? Auch... Mischgemüse? Nach Gemüse weglassen eher mehr Kotelett. Mischgemüse? Vielleicht. Poree und Weißkohl zum Kotelett. Ja, weil das weiß man halt nie bei Sipsoft. Das ist das Problem. Ob das Bugs geben könnte oder nicht. Aber wenn du's dann nicht mehr hinkriegen bei ein Kind in the Name of Boss Task, äh... Ein halbes Jahr lang das zu reparieren auf den Preview-Servern. Und denselben Bug wieder einbauen, den sie vorher schon mal rausgenommen hatten. Auf den Retro-Servern. Ähm... Bist du hier in Port Hope? Ja, ich bin Port Hope. Oh. Ich muss gucken, ob ich hier genügend Thunders habe. Ich weiß es nicht. Wird eigentlich sein? Wo bist denn du? Ach hier. Äh, warte. Wegen Loot. Ja, ich war kurz oben. Puck war aufs Loot. Soll ich alles so raufschmeißen? Äh, ja, warte. Schmeiß dann mal drauf? Oder warte, ich geh hier im Backpack. Hier hast du ein Backpack. Hier hast du ein Backpack. Alles verkauft. Dacht er. Also hat er sich umsonst aufgeregt. Ores, diese Tricekile bei 50-50. Ah, ist gerade chillige Mokka. Finde ich sehr gut. Und ich glaube, ich muss mir gleich mal eine Packung Oreo-Kekse holen. Oreo. Oreo-Kekse. Da habe ich echt Appetit. Es ist schon 16.46 Uhr. Da, fuck. Fuck, die Zeit rast ja. Geh nochmal hin, ne? Ja, wir machen eine neue Runde jetzt. Gut, gut. 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 aber die man das habe ich gebraucht du ein bisschen weniger runen einpackung fast und wenn man das einfach jetzt noch 200 ich renne noch mal flott nach oramondos und navenor schuhe aufladen und sanders holen